Als Penelope Featherington wurde Nicola Coughlin mit Bridgerton weltberühmt. Primär kennen wir die Darstellerin, die gerade einmal 1,55 Meter groß ist, in ihren pompösen Kleidern aus der Show. Im echten Leben hingegen sieht die Schauspielerin ganz anders aus. Inzwischen hat sich Nicola komplett verändert. Sie hat einige Kilos abgenommen, wie man auf ihrem Instagram-Kanal sehen kann. Nicola, die in echt um die 15 Jahre älter als ihre Rolle sein müsste, sieht einfach super aus. Scheinbar hat die Iren es mit jeder Menge Sport geschafft, ein bisschen an Gewicht zu verlieren. In letzter Zeit sah man sie in ihrer Story vermehrt in Sportklamotten. Der Fleiß hat sich gelohnt. Ob Bridgerton Staffel 3 ein Grund für ihre Motivation war? Schließlich geht es in der neuesten Staffel, die im nächsten Jahr erscheint, zentral um sie und Colin Bridgerton, gespielt von Luke Newton.